Los, Mr. Rattenmensch, ich warte. Hey! Habt ihr das gesehen? Ja, jetzt hat er keine Lust mehr in diesen Raum zu kommen. Oder ist es noch ein dritter? Das ist ein dritter, oder? Alter! Vielleicht auch ein Vierter? Ja, wenn ich jetzt in den Raum da reinlaufe, kommt mir so ein Rattenmensch entgegen. Das ist doch immer so. Was ist hier irgendwo? Weitkopfpfeil. Na? Vielleicht blockieren sie sich irgendwo auch wieder. Anscheinend will er nicht mehr hier reinkommen. W Ey, ich wollte nicht ganz chatsver Und hier place. Also war das Z mesh mirror. Die Personalität ist zu retten, oder? Vielleicht nicht mehr. Ja. Äh, ich höre es zischen. Okay, das war scheiße. Okay, das war scheiße. Also hier huscht irgendwo noch so ein achtbeiniges Vieh rum. Im anderen Raum habe ich es vorhin zischen gehört. Ja, super. Ich sollte nicht zu kalt Getränke trinken. Aber auch egal. Was, Chicken trinkt heimlich Dinge? Und du hast jetzt ausgelauft. Hier läuft noch ein Rappen. Mensch rum. Hm. So, noch jemand? Der auf zwei Beinen läuft. Ja, und die schwulen der Verdammnis können ruhig fernbleiben. Oh. Die Höhle hier gefällt mir mal wieder nicht. Jep. Ah, das wird wieder so ein Spiel. Nein, die kommt auf mich zu. Ich hätte gern sowas wie Feuerpfeile. Ah. Ah. Okay, das sind zwei. Nicht schön, nicht schön, nicht schön. Wie mache ich das? Hilfe. Folgt ihr mir? Alter. Ich bin gerade tot. Hilfe. Boah, meine Hände zittern voll. Und hier höre ich auch eine. Oh, Mann. Nicht schön. Ganz ruhig checken. Ganz ruhig. Können das nicht andere Gegner sein? Ich frage es, wo? Wo? Ich höre sie irgendwo. Alter. Soll das Ganze jetzt ein Skyrim werden, wenn ich da so an einen gewissen Dungeon denke? Und da wünschen sich die Leute immer wieder ein Skyrim-LP. Ja. Noch habe ich ja keine Hardware dafür. Fein. Funktionierendes LP. Was ist der Raum? Da möchte ich nicht mehr lang gehen. Nein. Wahrscheinlich muss ich das. Wobei, im letzten Level musste ich ja auch nicht zwangsläufig zu den Spinnen gehen. Ich bin auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Wo ist die? Na, was sind die Fliegen? Ich kann sie nicht genau orten. Was ist das Problem? Hoppy, hilf mir. Ist die in dem Gang? Es kommt von der Richtung. Ich laufe gerade durch die Hölle. Aber wenn hier ein entweder Toter oder Bewusstloser wobei ich glaube eher, der ist tot Dings liegt Sag mal schnell Da könnten hier die Hammerinen sein Was habe ich mir hier nur angetan mit Ein Feuerpfeil Sehr schön Ist das da hinten die Textur? Ja, dann ist wahrscheinlich Waren das zwei? Die mich vorhin verfolgt haben? Ja, ich weiß Ich spreche auch oft, aber Chicken hat Angst! Ja, dieses kleine ängstliche Etwas 81 Breitkopfpfeile Ich kann ja mal nachgucken Ach komm Das war getroffen Nicht Nein, das Feuer ist immer noch an Ich sehe da auch nichts Aber ich möchte da ungern der Lage gehen Da liegt noch ein Pfeil Nein, du wurdest von der Statue erschlagen Ich bin einfach nicht für sowas geschaffen Das hört sich an wie ein Rattenmensch Vorne liegen wieder Hammerregen Das sieht momentan nicht so aus als würde jemand vorbeikommen Ich bin einfach Was ist das für ein Geräusch? Was ist das für ein Geräusch? Oh. Ach, da sind die Frösche. Zwei Frösche sehe ich auf jeden Fall schon mal. Zwei Rattenmenschen. Ein Mantis. Mantis hießen die. Das können auch drei Frösche sein. Okay.